Wie alt bist du? 15. Und welches Thema hast du dir ausgewählt? Das Leitthema, wer bin ich, wenn ich niemand sein muss. Wieso hast du dir dieses Thema ausgewählt? Weil es mich sehr angesprochen hat und man sehr viel darüber sagen kann. Dann bin ich schon gespannt und ich wünsche dir viel Spaß. Dankeschön. Wer bin ich, wenn ich niemand sein muss? Das Leitthema des diesjährigen Sachs-Multi-Wettbewerbs. Es hat mich sehr angesprochen und aus diesem Grund stehe ich, Agnesa Haasi, 15-jährige Schülerin des Bundesgymnasiums in den Kirchen, heute hier und halte meine persönliche Rede dazu. Sich selber finden, sich selber kennen und sich selber lieben, ist leichter gesagt als getan. Selbsterkenntnis und Selbstliebe zu finden, ist eine der schwierigsten Herausforderungen in deinem Leben, wenn nicht sogar die schwierigste. Du triffst Entscheidungen, du hast deine eigenen Meinungen, du siehst alles von einer anderen Sicht und mit einer anderen Einstellung, wegen deiner Selbstliebe. Sie rettet und beschützt dich vor dem Zweifel anderer an dir. Selbstliebe ist das Mächtigste, was ein Mensch überhaupt nur besitzen kann. Aber du findest sie nicht einfach so. Du baust sie auf, wenn du mehr hast, vielleicht an, die Hoffnung auf ein schönes Leben aufzugeben. Du gibst das schöne Leben auf, das von anderen so bezeichnet wurde. Nur wissen die anderen denn auch, was schön für dich ist? Wissen sie, wie du dir deine Zukunft vorstellst und vor allem mit wem? Und helfen sie dir, dort anzukommen, wo du so unbedingt sein willst? Oder sind sie eher die, vor deren Meinungen du Angst hast? Vor denen du Angst hast, du zu sein? Die, die dich und deine Träume nicht so akzeptieren, wie sie sind. Denn wenn das so ist und du an denen hängen bleibst, dann kann ich dir versprechen, du wirst nie ein schönes Leben haben. Du denkst dir, ich überlasse es lieber anderen, weil ich meine, die wissen es ja besser und die kennen sich ja besser damit aus. Und das, was ich denke, ist doch sowieso falsch und wird nicht akzeptiert. Bzw. mir wird doch gar nicht zugehört. Und, und, und. Aber nein. Du brauchst niemanden, der dir hilft. Du brauchst niemanden, der dir den Weg zeigt, wie du dein Leben lebst und wie du zu sein hast. heimlich Handschellen ums eigene Leben gelegt. Und ja, du wirst dich auch erniedrigen, aber du gewinnst dadurch Kraft und du lernst dich kennen. Du lernst deine schlimmsten Seiten kennen. Seiten, von denen du nicht mal wusstest, dass sie überhaupt existieren. Du fängst an, selbstbewusster und sicherer durch dein eigenes Leben zu stolzieren. Deine ganzen gebrochenen stücke, für die du antworten und schuldige gesucht hast, werden zueinander finden, werden sich vereinen und ab diesem Zeitpunkt wird alles sinn machen. Njerzit që kan chene jeten tende, pa varsisht se a jan të mira po të këqi, ato thëllsi që është darshur t'i tej kalosh vetem, netet pa gjumë që ke qarë për të fjetur, zemra jote që është fridzuar, djenja të 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 mëtë të zilat vetem kan ljua e të, djithshka. Du wirst verstehen, wieso du was durchgemacht hast, und du wirst deinen eigenen Wert erkennen. Du wirst nicht mehr auf andere Meinungen hören, und du wirst dein Leben ohne Rechtfertigung weiterleben. Du wirst nicht mehr an Menschen, du wirst an dir, und hier kann ich dir sagen, dass du ein schönes Leben führen wirst, ein Leben, das in deinen Augen schön ist. Das ist nämlich das, was zählt. Dhe du e te jeshi vedishem, që te gjithak to, ke mund t'i bërsh vetem vet, sep se para versis shfar svite priste, di prap se prap en jua vetem, tënden ga kjochum loishmeri. Du weißt, wer du bist, wenn du niemand bist und nichts hast, weil du dich sogar von dieser Seite kennst. Dhe ne fundus shkajak avlit, du kannst nur zurückblicken und stolz auf dich sein, denn wenn du es nicht bist, wer ist es dann auf dich? Falimin derit. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.